Omis Pyramide von Eva K. Kühn Das Schattenspiel der Flügel an der Decke lässt mich in meine Kindheit wieder schauen, als ich behütet war und alle Wege so leicht ging und voll Urvertrauen. Ich höre, wie von fern die Laute schlagen, o seelge Zeit, o Weihnachtszeit, und mich umfängt ein Wohlbehagen, wie man es kennt, nur aus der Kinderzeit. In einer Patina aus Ruß und Wachs schwebt der Posaunenchor im oberen Rund, die gleichen Engelchen marschieren noch strax und heben die Trompeten an den Mund. Die Glöckchen läuten Bim, Bim, Bim und Bamm. Das Größere ist mir besonders rar, weil es als Geschenk von unserem Kinde kam, als eines unglücklich zerbrochen war. Sie feiert längst weit weg von uns Advent, in ihrer eigenen Welt mit Haus und Mann. Doch weiß ich, wenn die Pyramide brennt, erinnert sie sich so wie ich daran. Das Größere ist mir ganz schön. Vielen Dank.